Servus, das ist ja gerade keiner Deutz, kann ich das jetzt endlich nochmal sagen, okay? Also, ich muss jetzt nochmal den Witz erzählen, weil den Witz, den ich heute in der Sendung erzählt habe, der war falsch, der war falsch. Also, den erzähle ich jetzt einfach nochmal richtig. Also, kommt der Franzl von der Schule heim, sagt er zum Pfarrer, er sagt nicht zum Pfarrer, er sagt zum Vater, der Herr Pfarrer hat zu uns gesagt, dass der Jesus für uns gestorben ist. Verdammt der Scheiße. Und dann sagt der Vater, ja was, ich habe nicht einmal gewusst, dass er krank war. Also, ich bin echt ein super Witz erzähler, Leute, jetzt bitte, also, ihr könnt mich jetzt nicht vom Gegenteil überzeugen, gell? Jetzt wisst ihr wieder, wie es wirklich geht. Habt ihr jetzt irgendwas verstanden? Wahrscheinlich nicht, gell? Aber mei, so geht's halt, ja. Okay, Servus. Und jetzt gehe ich wieder schnell, bevor das hier jemand mitkriegt. Servus. 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 Servus.